die wir für die Sporter oh hier liegt nochmal Moni für die hier draußen also gut wie voll ich steck die mal ein aber Leute im Laden ist noch genug für euch also ich hätte jetzt noch auf jeden Fall 53 Schuss für dich ja ich leg die mal hier draußen an hat jemand Bock auf eine MP5 sonst schmeiße ich die hier wieder weg die kannst du mir geben ich bin aber gerade in der Feuerwehr ja hier stand gerade wieder so ein oh wrong in der Raincoat in der Luft Feuerwehr, sagst du? ich muss erstmal essen Hydrated war essen Hydrated ist wie Hü Hydro ist Wasser ich leg die MP5 mal hier hin vor dem Supermarkt ich hab nichts zu trinken ich hab nichts zu trinken wo ist die denn jetzt? achso die ist noch im Supermarkt alles klar die hab ich gar nicht eingepackt wieder Feuerwehr ist voll wenn auch eine Feuerwehrachse braucht aber Früchte geben doch auch ein bisschen ne? ja ein bisschen oh Wasser hm wieso passt die jetzt nicht mehr rein ich schmeiße die Pistole weg und dann passt die MP5 auch wieder an jawohl das liegt doch nochmal ne komplette Tarnausrüstung in der Feuerwehr das liegt doch nochmal ne komplette Tarnausrüstung in der Feuerwehr was? ja ich brauch nen Bedroherteil bin ich schön seid ihr in der Feuerwehr oder ich? ich bin in der Feuerwehr ok so wer wollte jetzt die Waffe haben die hier ließt? also es ist noch haufenweise cooler Kram ich glaub der Herr in der Feuerwehr die ist da hinten ich bring ihn die mal hin da muss dann hier extra wieder hierher laufen oh noch mehr Mosi Moni das gefällt mir welche Feuerwehr? die beim Turm? äh ne ne die die ganz die andere also ja ah komm ich komme keine Schuhe an? ich hab keine Schuhe an ich hab keine Schuhe an wo hast du denn sowas? dann tun dir bestimmt schon die Füße weh ich brauch mal die Schuhe so einmal die MP5 wo hast du denn deine Schuhe ausgezogen? ich hab die eigentlich noch an dankeschön oben liegt noch ne Feuerwerks im Regal ob nicht noch an und offensichtlich hier ist ja jede Menge Gut mitten drin ja und endlich fehlt Da sieht man vor, weil da in lauter Bäumen den Wald nicht mehr hier. Ach, da oben drauf liegt sie auf dem Schrank. Ich guck in alle Regale und dabei liegt sie da oben. Kommt man da überhaupt ran? Ne, an die kommt man nicht ran. Auf den Tricks gibt's ja nichts. Ne, wo die Brücke ist da? Wollen wir noch eine? Braucht nochmal eine in der Presseweste? Was, du hast eine Weste gefunden? Ja, eine Presseweste. Wo ist die Staubsauger Weste? Im Krankenhaus. Okay, das war vorne am Hafen, ne? Ne, hier vorne das. Guck mal, ich leg dir gerade meine hier hin und nimm mir die oben. Ach, hier unten liegt sie. Auf dem Prüfboden. Jetzt hab ich sie gesehen. Ja, ich hab sie dir, ne ne, ich hab sie dir in der Kartin gelegt. Ah, ja. Also ganz oben, oder was? Ne, unten. Jetzt kann ich sie auch nehmen, super. Dann bin ich doch im Falschen. Krankenhaus, Krankenhaus, Krankenhaus. So, nicht das Ding hier neben der Polizei? Ja, ja. Aber keine 357er-Round. Ah, okay, hier. Ja. Da, grüß dich. Vielleicht wollen wir was? Ne, also... Alle First-Aid-Kids sind geplündert hier. Da kommst du ins Krankenhaus, da sind genug. Ja, ich hab auch noch ein paar Bandages, aber... Fällt mir mal auf, dass das immer... Das ist schon... Ja, ich hab schon geplündert jetzt hier. Das First-Aid könnt ihr nochmal gebrauchen. Wir packen ja jetzt die Muni da raus. Öff. Ja. Dann hat sich... Ja, ich bin... äh weißt du wärst du größer was nimmt die mehr als 6 plätze ein die hat die hat 6 plätze und naja du hast keinen vorteil mit der also kannst du nicht in den rucksack stopfen ja 6 plätze nimmst du und 6 plätze kannst du belegen doch ich hab's ja auch in den rucksack gehabt ich krieg dir bei mir nicht in den rucksack rein da steht immer rot hat schon jemand die schule gelootet ich nicht super guck ich nochmal rein hier oh was ist das ach so lia willst du 53 schuss noch haben oder nicht ich hab kein blatt ok braucht jemand 380er auto round oh hier move was mach ich mit dem starter kit gar nix oder das musst du mit dem das musst du mit saline pack da verbinden oder ja dann ziehst du glaub ich das blut dann machst du noch mal drauf und dann hast du das blutpaket dann fertig ja aber als saline pack das kann ich auch so geben ohne blut oder da hast du halt die kochsalzlösung los jetzt ne mosi ich hab ne blaze 95er double braucht jemand ne nö das heißt nicht nachher heißt das nicht geschehen so jetzt bin ich energize gegratet aber mir ist noch kalt laufen 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 nicht jetzt auch zum ersten mal ne küchenpfanne noch ein dosenöffner brauchen wir noch ein dosenöffner ich habe einen schraubenzieher das geht ihr habt ne achst der schule unten der große raum ich hab auch schon so viel essen alles voll ich hab auch schon so viel essen ist überall Haufen essen jetzt weiterfresse werde ich richtig stufft na das bleib schon kurz hier ist doch irgendjemand wer ist denn bei mir in der Nähe ich wir sind doch nur zu fünft ich wir sind doch nur zu fünft hm das ist ja groß hm und nochmal morphine nehmen wir auch noch mit das werden noch keine paras sein ja er besagt zweimal morphine das muss reichen ja und zweimal saline also wenn noch jemand noch keinen Kompass hat also hier liegen wir noch rum Kompass habe ich schon danke gummi stiefel Ich brauche mehr Schatten, Moni. So, jetzt ist es noch nicht mehr kalt. Ich müsste ja jetzt die Heilung einsetzen. Und wenn das Heilgrün ist? Wenn das Heilgrün ist, kommt irgendwann healthy, oder besser gesagt, erst healing. Und dann healthy, und dann ist alles gut. Und dann kommt auch Blut wieder. Alles voll mit Burlap 6. Und nachher suche ich bestimmt den. War ich. Das ist immer ein Schießen und Hören. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich stört's mir, wir sind eh unter uns. Ich sag's nur. Ist denn die Feuerwehr abgeschlossen? Das ist ein engine. Das energize? Ja. Das ist, wenn du richtig schön gegessen hast. Ja, aber das ist noch... Dann muss ich was essen. Ja. Du musst richtig schon noch hellgrün kriegen. Ich hab's egal. Also, ob du nur Stuffet wirst. Aber bei mir ist es nicht Stuffet jedes Mal. Aber es wird nicht hellgrün. Ja. Du kannst ruhig ein bisschen weiterfressen. Wie gesagt, solange Stuffet nicht orange oder braun ist, ist das Wurscht. Seit wann kann man denn vom Essen und Trinken überhitzen? Ich stehe hier seit 5 Minuten, esse und trinke und jetzt bin ich völlig überhitzt. Ganz mächtig. Ha, 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 ha. Das Feuerwehr ist abgeschlossen. Wie los. Oh, Protector Case. War kaputt. Aua! Na ja, Zombie. Jetzt ist mein Heli wieder weg. Na, in der zweiten Feuerwehr liegt ein. Äh. Ist der Feuerwehr? In der zweiten Feuerwehr liegt so viel kranker Kram. Ey, hier denn die außerhalb oder hier in der Stadt? Hier außerhalb. Da liegt ne AKM. Oh, ich hab ne Magnum gefunden. Toll. Was? Wo stecke ich die jetzt hin? Hm. Hm. So, wenn ihr seid jetzt bei der anderen Feuerwehr, die mit dem Turm, ne? Der Fabrik. Lol. Hier ist jemand gestorben. Hier ist jemand gestorben. Liegt ja ein 60er Magazin für die M4. Ich hab erst schon ein Dreißer gefunden im Supermarkt, aber das war kaputt. Ruined. Genauso wie das Protector Box hier in der Feuerwehr. Ja, irgendwie kann ich's aber nicht reinziehen. Boah. So, Wagnum ausgerüstet. Komm rein. Hier ist auch jemand geflogen. Oh, Protector Case. So was ist auch ganz hilfreich. Ja. Ein paar Sachen reinpacken. Ich hab damit begleitet. Oh, ja. Ja. Zombie ist drin. Hui, der war knapp. Oh, scharf. Oh, ne Weste. Wenn ich schon keine Jacke hab, dann bin ich sonst ne Weste. Hat jemand nen Gorka-Helm? Ja, ich hab einen. Ja, aber hier ist noch das Visier dafür. Ja, ich bin komplett. Okay. Oh, das ist noch ein Protector-Kiss. Oh, jede Menge... ...Morfin. Magst du mir ein Trommel-Magazin wieder geben? Wenn noch jemand Moffin-Sticks braucht, ne? Hier sind vier Stück in dem... ...Holst-A-Click hier. Liegt draußen. Sechs Stück sind sogar drin. Ne, der sechste ist was anderes. Ich hab mir mal zwei... Ach, also ein Efi-Pen, den nehm ich mir auch noch. Hast du eine AK gefunden oder wie? AKM, ja, die lag da rum. Ja, geil. Hier, da sind noch zwei... ...oder drei... ...Morfin. Sechs. Gott, hier ist so viel. Wenn ich immer noch große Hosen brauche, hier in der Feuerwehr innen drin ist, in der Wege. So, zusammennähen kann ich mich jetzt auch. So viel Kipp gefunden. Vielleicht ein Loot-Paradies hier. Also Feuerwehr-Achse habt ihr da, ne? Joa, alles. Ja, du. Ein Radar-Jacket kann ich noch gebrauchen. Dann wär ich schon wieder gut ausgestattet. Ich bin noch zu fünft. Joa. Ich bin in der inneren Feuerwehr. Ah, ja. Noch mehr SKF. Ja. Küchenmesser hat auch wieder... Ja. Ja. Joa. Ach, langsam bekomme ich Farbe da. Ja. Ich meine, hier muss irgendwo mal ein Motorradhelm rumliegen. Ich muss mir jetzt mal den Arsch erfüllen. Du hast gesagt, hättest du vorhin einen mitgenommen. 2, 3 oder 3 gesehen. Eigentlich hätten wir jetzt alles brechende Notbescheidige Waffen, oder? Für einen Nahkampf habe ich eine gescheite. Ich habe eine vollgeladene SKS. Ich habe sogar zwei gescheiten für einen Nahkampf. Wagen wir mal, ich habe ja jetzt auch noch. Ich bin scheiß Rambo. Ich habe eine AKM. Wenn noch jemand SKS Munition über hat, dann würde ich gerne nehmen. Schau mal rein in den Rucksack hier. So muss es ausschauen. Der klappt so mit den Nachbarn. Achso, da ist Zug. Jetzt kann ich es einmal in Ruhe probieren mit dem... Die muss ich in die Hand nehmen, ne? Ja. Ich habe ihn noch in der Hand. Oh, ich bin tot. Achso. Warum bin ich tot? Warst du oben auf der Leiter, oder was? Ne, ich stand doch hier unten. Ne, das stand... Ist einfach tot. Einfach tot. Einfach tot. Plötzlich wupp. Bildschirm schwarz. You are dead. Ohne Schuss. Ohne alles. Verrückter. Hä? War gerade am Lut umpacken irgendwie. Und plötzlich tot. Blut des Todes, sage ich nur. Ah. Das ist so scheiße. Hoffentlich in der Nähe von Elektro. Ja. Unbedingt. Ich nehme schon mal ein SKS-Bajonett für dich mit. Wollen wir nicht zweimal in der Nähe von Elektro gesprungen? Ich hoffe jetzt auch wieder. Ist immer noch eine Feuerwehr? Hat einen Blitz getroffen. Wir sind immer noch in der Feuerwehr wieder. Okay. Dann komme ich mal zum Todespunkt dahin. Hat einen Blitz eingeschlagen. Keine Ahnung. Ja. 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 Noch lachen wir. Aber... Warum liegt denn ihr so viel Zeug rum? Weil's der Loot des Todes ist. Vermutlich ist der eine Freund nicht geflüchtet, sondern von Blitz getroffen worden. Deswegen lag da auch eine AKM. Oh, du scheiße! Ich bin in Novo. Na ja, dann... Dann übergehe ich noch mal rum. Erstmal auf die Fabrik klettern und runterspringen. Dann geh erstmal hin jetzt. Ich bin oberhalb von Novo. So, die Herrschaften, ich muss aber auch in die Pfanne. Ja. Dann kurz Nächtle. Ja, wir schauen mal, dass er hier noch sein Zeug holt und dann sind wir ja damit durch, so gut wie. Ja. Also noch besser kann es ja nicht werden. Doch. Was? Doch? Ja. Eine Mosin finde ich. Ach so, ja gut. Die wird doch hier irgendwo rumliegen. Da bin ich sogar fast genauso ausgestattet wie vor dem komischen Scheiß da erst. Klavierhaus irgendwo, da wird aber was sein. Obne, gibt ja was zum Hochklettern. Wo ich letztens mein Mosin-Zimmer gefunden habe, das willst du gar nicht wissen. In irgendeiner Melk-Halle lag eine einzelne Mosin an. BR 527 Magazin. Du hast ja so was achten, oder was? Boah, ist ja noch ein Protektor-Case. Was für ein Magazin? Ach so CR75, ja, ja. Euch eine gute Nacht. Bis die Tage. Jo. Tschüss. Tschüss. Schau mal, so wie das, ähm, Saline Beck da liegt, das reicht doch aus, oder? Um denjenigen das zu verabreichen. Oder muss ich da noch irgendwas drauf tun? Mach mal, ich frage. Ey, so wie das Saline Beck jetzt da liegt, langst du raus, um das jemandem einzuverleiben, oder? Eigentlich schon, ja. Ne, da muss noch so eine Nadel drauf, ne? Drüppel? Eine Nadel muss dann auch drauf. Nadel. Die Spritze, oder was? Genau. Das ist immer in diesem First Aid Kit mit drin. Ah. Ja, gut. Weiß nicht mehr genau den Ausdruck für das Ding, hatte ich schon Ewigkeiten nicht mehr in der Hand. Ja, da muss irgendwie IV Starter Kit draufstehen, oder was? Genau, IV Starter Kit, genau. Genau, da ist er. Die muss ich da drauf trennen. Richtig. So, wo bin ich jetzt? Irgendwo am Wasser, auf jeden Fall. Ist das dein Protektor-Case da, oder was? Ne, ne. Ja, weil da zwei Morphium-Dinger drinne sind. Ich sehe keine. Ja, dann nehme ich das. Bei mir sind sie leer. Ja, wenn ich es aber draufziehen will, passiert aber nichts. Hier, leg die mal da rein. Du hast, das müsste gehen. Draufziehen, und dann müsste sowas auftauchen, dass du es verbinden kannst mit dem Nummer. Schau mal rein da, First Aid Kit. Ich kriege die nicht zusammen. So, jetzt muss ich hier erstmal ein Ortsschild finden. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt hier bin. Kannst du das mal probieren? Ob ich für südlich muss, oder in der... Ach, da hinten ist Elektro, glaube ich, ne? Du musst das in die Hand nehmen? Weiß ich nicht. Ich kann ja auch in die Hand nehmen. Ich kann nur inspekten. Aha. Dann werde ich, ich muss das rausnehmen, oder? Ich leg's mal raus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf Elektro zurenne, oder auf Czerno, in der anderen Richtung Elektro. Macht doch nicht. Macht doch nicht, ne? Obwohl doch, das müsste Elektro sein vor mir da hinten. Fünf bis zehn Minuten müsste ich da sein. Achso, wir sollten ihn vielleicht mal ausziehen, oder? Genau, schmeißen wir alle Sachen daneben. Falls der Server down geht. Obwohl, dann ist es auch egal. Nicht in den Einschlag bereitstellen. So, ich renne jetzt auf ne große Fabrik zu. Ich krieg hier nicht ausgezogen. Ganz hinten sind zwei Türme zu sehen. Zwei Schaumsteine. Ich krieg hier nicht ausgezogen. Hier liegt ja auch noch was rum. Ich krieg nur nicht ausgezogen. Liegt ja noch ne SKS rum. Ich krieg auch nicht noch nen Rucksack raus. War auch ein ganz komischer Tod, irgendwie. Ganz merkwürdig. Nö, ich kann ja nix rausziehen. Ach du Scheiße, ich bin jetzt erst bei der Brücke, bei der Fabrik. Das dauert noch ein bisschen, bis ich glaube. Ach, bei der Fabrik da oben? Ja, genau. Ach du Scheiße. Na, wenn mal nicht um 6. Server-Neustart kommt. Morgen. Morgen, laddi. Morgen. Schon fit, oder wie? Ja, ey. Ich bin voll eingepennt, ey, gestern. Unglaublich. War so spannend, oder was? Ja, ey, ich leg mich ins Bett, ne? Ja. Damit jemand telefoniert. Ja. Und dann fang ja, wupp, weg war ich. Wir hatten gerade den sprichwörtlichen Loot des Todes wieder mal. Äh, wie? Ja, in der Feuerwehr, in Elektro, auf einmal aus heiterem Himmel fällt er einfach um. Also kein Schuss, gar nichts, wir sind ganz allein auf dem Server. Wie, der Schnaf? Ne, ne, der, der... Was war denn, was war denn überhaupt mit dem Schnaf? Jetzt hier, ne? Lobotom... Ja. Streamt, ne? Die Streamsniper da. Ja, die streamt hat er, oder? Ja, die Hacker da, die Idioten. Ach, wie, der? Ah, ja. Ja, wir haben uns gerade alle getroffen und schon fielen die Schüsse, die er hat. Die hatten, du, die hatten, äh, 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 wie viel... Jeder hatte so an die sechs Granaten dabei oder sowas. Hm. Ja, ihr darf das, ihr darf das nicht mehr so offen machen. Naja, hat er auch geschrieben, jetzt auf Steam. Also, wenn dann die Leute raussuchen, wo man weiß, okay, die machen nichts und mit denen was machen. Er hat ja jetzt auch, muss mal schauen auf Steam, er hat ja eine Ankündigung gemacht. Kannst du ja in Ruhe durchlesen. Ja, hm. Also er hat... Wach werden, oder? Ja, er hat ja auf Steam, er hat ja auf Steam die ganzen Leute wieder gecancelt in seiner Freundesliste und hat halt die behalten, die noch, ähm... Die im Koscher vorkommen. Die im Koscher vorkommen, ja. Nein, meine Bros. Also ich sag, also definitiv war der Streamsniper in der Gruppe dabei gewesen. Definitiv. Natürlich, der, ähm, der Darkman X, das war sicher einer. War der heute auch wieder da? Nee, der Darkman X ist eigentlich ganz human. Also ganz komisch war derjenige, ganz komisch war mir... Mit dem hab ich ja schon drei Tage gespielt, also ich bin ganz human. Ja, der, wo die... Ich hab, ich hab Informationen bekommen, der ist nicht normal. Uh. Von anderen Leuten. Ja, dann würd ich den mal ein bisschen beobachten. Die, äh, die, wo abgewirbt worden sind. Hoffentlich schon. Also ganz komisch war der Typ. Die, wo auch auf dem XT-Server ihre Zellstatt hatten. Aha. Hm. Die haben da richtig aufgenäumt. Dann würd ich mal beobachten. Also ganz komisch war der Typ, der auch die drei weggeschossen hat. Hör, der hat die ja im Sinn, ne? Das war ja ruckzuck, bäm, 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 bäm. Einer Ancansens, einer Ancansens. Der wusste auch, dass sie Ancansens sind. Ja, Darkman X war auch wieder da. Naja. Der ist ja gerade hier. Wollte auch wieder da. Hm. Aber jetzt gerade online müssen wir nicht. Weißt du, der hat ja nicht gesagt, einer ist tot, einer, der Nächste ist tot. Sondern der hat ja zu jedem gesagt, ja, der ist an Cansens und der ist an Cansens und der ist an Cansens. Ähm, wir haben jemanden drauf. Wer ist das? Fluffy? Fluffy. Ja. Unbekannt, bekannt? Ich weiß es nicht. Ich kenne dich nicht. Ich bin auch nicht, dass ich das finde. Also Vorsicht, genießen. Und kriegst du gut wie dieses olle Klavier halt. Und die Waffe haben. Ich will eine Waffe haben. Nimm ich das Ruinierte jetzt auch noch mit. Und schon geht das Handy wieder. Jetzt kommt's wieder. Schatzi. Mach's einmal auf. Ja, wie ich's gewusst hab. Von vor 57. Schatzi mit Herzen. Oh mein Gott. Ja. Ich kenn die nicht mal, ne? Ja? Was? Die eine, die, wo das jetzt hier die ganze Zeit schreibt, die schreibt die ganze Zeit Hase mit Kuss-Smiley und Schatzi und Schatzi, mir ist kalt und ich will kuscheln. Oh mein Gott. Wie alt ist denn die? Wie alt ist denn die? Ähm, die ist ein Jahr älter wie ich. Sicher? Ja. Oh. Der hat's ja ein Bild gezeigt, ne? Ne. Die ist echt ein Jahr älter wie ich. Ich hab die auf Facebook rum, alles. Aber... Ja, Facebook kann man auch faken. Ja, ne, aber die ganzen Freunde, ne? Also... Die lügen ja nicht für sie. Nicht alle. Boah. Komm, ey. Wurde, hab ich das verschlafen? Gibt's ja nicht. Ich hab sogar heute ein PSO-Scope geschenkt bekommen. Ja, ich hab, glaub ich, noch drei Elemental mit dabei oder so. Du, ey. Du gibst mir keins. Das... Ne, 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 ne. Das merke mehr. Du willst immer eins, wenn ich keins mehr hab. Da steht jemand drinnen. Ach, das steht ihr. Hä? Ja, sag doch, dass du reinkommst. Nö, weiß ich, dass ihr hier seid? Jetzt haben wir die ganze Zeit erst schon gesagt. Ja. Komm zu mir, Schatzi. Mir ist kalt. Ich hab nicht mal geantwortet, ne? Wie? Hey, 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 hey. Oh, ich hab'n Zombie mitgebracht. Hm, echt? Der nervt jetzt. Ja, danke. Ja, weg. Ich muss jetzt korrigieren. Ich muss lieber schön sein. Woher weißt du, dass du schon wach bist? Da ja, da da da. Patsch, schreib jetzt. Ich mag das nicht, wenn du nicht anschreibst. Kannst du nicht wach machen? Das ist dieses scheiß WhatsApp, wo dann immer da steht. Online, online, online. Ja, ohne die neuen Häkchen. Oh ja, schlimm. Drei Kilometer vor Kamishobu bin ich jetzt. Kann man solche Leute nicht mehr klappen? Warte mal, ich guck. Da kann man, aber dann ist mir hier langweilig. Doch mit gesunder Hand, oder? Ich hab zwei. Also, dann kann ich auch nicht langweilig sagen. Und andere haben auch einen gesunden Mund und alles. Er kommt ja gar nicht dazu. Aber ich schreib genauso gut auch mit einer irgendwie aus Hamburg oder so. Keine Ahnung. Ich schreib mir auch die ganze Zeit irgendwann schon mal. Aber die kommen wenigstens nicht mit an mit Schatzi und all. Aber wenn man so schon ankommt, dann muss man ja richtig chronisch unterbilliert werden. Ja, nee, nee. Richtig vorne hier einfach verständlich. Das ist richtig. Mhm. Mhm. Es gibt echt solche Leute. Also, ich hab schon Bekanntschaft mit denen immer. Echt und teilweise richtig heavy. Da kommst du nicht mehr an die frische Luft. Wo willst du hin? Äh. Äh. Zigaretten holen. Nichts. Geil. Jedermatt Zigaretten holen. Tschüss. Ja, ja. Standardausrede. Ich verabschiede mich jetzt. Die höre ich auch öfters von meinem Mann. Aber ich weiß, dass er wiederkommt. Ja. Hörst du. In den Kopf geschossen. Also, die SKS hab ich schon mal rausgekriegt. Ach doch. Ja, ich hab einfach meine Magnum, äh, meine Schrottfinte abgelegt. Also, wir müssten uns jetzt ausziehen, um ihn auszukleiden. Da hab ich aber grad keinen Bock drauf. Oder? Wann ist ein Server Restart? Ja, ja. So eine sechste war er nicht, weil er ist ja schon rum. Ja. Toll, kommst du fünf Minuten später oder so oder was? Ja, manchmal ist es auch nur ein paar Minuten später, ne? Ja, deshalb. Ich riske das jetzt nicht. Oh, Mario macht sich nackig. Yeah. Zug weg. Ja, wegschau. Von Kamishobo bis Elektro sind nochmal ungefähr drei Kilometer, ne? Ja. Ja. Ja, dann hab ich ja jetzt noch gut vier Kilometer vor mir. Oh, guck mal, jetzt hat er wieder ne Hose an dir. Kannst die umdrehen. Gut. Nein. Ja, der Hut ist ja egal. Hast du recht. Du kriegst nicht ausgezogen. Ja doch. Ich krieg ja keine Hose an. Ich krieg's. Ja doch. Äh. Bisschen. Wack. Ich krieg's. Ja doch.